Hallo, ich bin Helle von der schönen Nordseeinsel Römmö und ich betreibe hier den Haunebücrow und das schon seit 20 Jahren. Ich habe meine Rezepte für euch mal gesammelt, einen kleinen Ausschnitt davon schon mal in einem kleinen Buch veröffentlicht. Und in diesem kleinen Rezeptbuch verrate ich euch meine Geheimnisse, zum Beispiel, wie brate ich meine perfekte Scholle. Ganz oft bin ich gefragt worden, wie kochst du denn deine Scholle oder wie machst du denn dein leckeres Hühnerfrikassee? Und jetzt habe ich es einfach mal zusammengestellt. Ich habe erzählt, gekocht, gewerkelt, wir haben es auf Video aufgenommen und ihr könnt euch das alles anschauen. Musik 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 Die Videos sind auf YouTube zu sehen und ich freue mich, wenn ihr Freude dran habt. Die Videos sind auf YouTube zu sehen und ich freue mich, wenn ihr Freude dran habt.